Traurig, aber wahr. Wenn ihr im Netz Programme findet, das sind die sogenannten 6, 8, 10 Wochen Spezialprogramme, I make you sexy, was weiß ich was, krass, I see bla bla, wunderbar, Strandfigur, holala. Ja, da werden natürlich immer nur super geniale Berichte im Netz gefunden, wie toll die Menschen abgenommen, wie glücklich sie sind und wie toll dieses System ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite von Menschen, die dadurch, durch diese Artenweise, durch diese Essweise, durch dieses Essverhalten, eine Handvoll Gemüse, eine Handvoll Reis, eine Handvoll Fleisch, ein bisschen Salat zweimal am Tag, weit unter kalorisch, weit unter dem, was der Körper tatsächlich braucht, trotz 4, 5, 6 Mal Sport in der Woche. Was dadurch entsteht, Zwangshandlungen, Essstörungen, die werden sicherlich nicht publiziert. Einmal natürlich vom Vertreiber sowieso nicht, vom Testimonial schon zweimal nicht, vom Initiator schon dreimal nicht. Und die Menschen, die keinen Erfolg damit gehabt haben, die hängen das auch nicht an die große Glocke. Warum? Weil sie nicht stolz drauf sind. Also wird man über solche Sachen in der Regel nur positive Berichte finden. Vor allem werden die Plattformen natürlich mit positiven Berichten gefüllt. Da steckt natürlich auch ein Potenzial dahinter. Man möchte ja was verkaufen. Und wenn man was verkaufen möchte, kann man sicherlich keine schlechte Publicity brauchen. Freunde, klar, wenn es für den einen oder anderen ein Einstieg ist zu einem Programm, sich mit Sport zu beschäftigen, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, ist es eins, ist es okay. Okay, aber in der Regel sind diese Arten von Programmen extrem pauschal. Das heißt, da werden pauschale Angaben gemacht und dann haben wir folgendes Problem. Der eine arbeitet den ganzen Tag im Sitzen, hat 40 Stunden in der Woche, hat einen relativ unstressigen Beruf, hat auch jetzt einen relativ trägen Stoffwechsel. Dann haben wir den nächsten. Der hat einen anstrengenden Beruf, der hat einen körperlichen, geistig anstrengenden Beruf. Ja, und hat eine ganz andere Stoffwechselanlage, ist viel größer, ist viel schwerer und trotzdem essen die Menschen alle gleich. Eine Handvoll Nudeln, eine Handvoll Gemüse und ein bisschen Fleisch zu einem Tag. Da fällt doch schon mal direkt auf, dass das nur zum Scheitern verurteilt sein kann. Warum? Weil jeder Mensch einen Tick unterschiedlich tickt vom Stoffwechsel her, dann ist natürlich auch das Berufsbild von dem einen oder anderen ganz anders. Und natürlich auch die Sportmenge, Sportart und Sportintensität ist unterschiedlich. Der eine macht dreimal, der andere viermal, der andere ist voll im Wahn, macht sechsmal die Woche. Und trotzdem essen diese Personen alle gleich. Was kommt da raus? Natürlich wird man mit einer maximalen Unterzufuhr an Kalorien am Anfang Erfolg haben. Nicht jeder, aber viele werden damit Erfolg haben. Warum? Wenn du vorher 3000 Kalorien gegessen hast, also 2500 und dann fährst du runter auf 1000 Kalorien, dann wirst du Gewicht verlieren. Selbst wenn das erste Gewicht aus Wasser bestanden hat, du wirst es definitiv verlieren. Aber es ist noch kein Fettgewicht. Also, bist du im Erfolgsfandel. Wow, ich habe fünf Kilo abgenommen. Und das in einer Woche. Was ist das für ein Wunderprogramm? Das muss ich gleich weiterempfehlen. Und die anderen sehen das. Oh, was machst du? Boah, ist das geil in einer Woche. So, und was machen sie? Sie machen alles das Gleiche. So, und dann gibt es, was passiert? Nach sechs, acht Wochen, Programm ist vorbei. Hm. Tja, und was machen wir jetzt? Jetzt essen die wieder normal, das gebe ich jeder nach oben. Das ist das eine Szenario. Dann ist das andere Szenario, ja, Menschen sind danach ihr Gewicht, haben ihr Gewicht und jetzt wollen sie ihr Gewicht weiterhalten. Und was machen sie? Sie machen weiterhin dieses extreme Programm. Maximale Unterzufuhr an Kalorien. 1.000 Kalorien, 1.200, normal brauchen sie 2.000, 2.300, wurscht egal, keine Kohlenhydrate, nur noch Proteine, ein bisschen Fett. Und sie nehmen rasant ab und sie freuen sich. Aber, tja, und da ist da noch ein bisschen was und da noch ein bisschen, da noch ein bisschen was, da machen wir jetzt weiter. So, und dann essen sie aus Versehen mal am Wochenende, weil eine Hochzeit ist zum Beispiel, eine Party ist, essen die was anderes. Montags 3 Kilo mehr, ah, Hilfe, was ist da los? Und sofort wieder alles überprüfen, alles kontrollieren, nur noch essen wie ein Spatz. Und so geht es Wochen und Monate lang. Da gibt es Ladies, die fallen aus den Latschen, die kippen komplett um, weil sie unterzuckert sind. Die bekommen Sprachstörungen, die haben auf Dauer eine Essstörung, die haben eine Essverhaltensstörung. Wenn die einen Apfel nur angucken, haben die schon drei Pfund mehr auf der Waage. Wenn die 22 Reiskörner zu viel essen, kriegen die einen Vogel. Die drehen komplett durch. Die ganze Familie, das ganze Umfeld wird wahnsinnig. Ich mache die Rennen in der Küche rum, wie hysterisch. Ah, Hilfe, 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 ich habe zugenommen. Hilfe, zwei, drei Kilo zu viel. Wow, ja was ist das? Das ist schon eine Essverhaltensstörung. Und manche bekommen tatsächlich eine krasse Essstörung. Warum? Weil sie sich nicht mehr trauen, was anderes zu essen. Warum? Weil der Typ hat gesagt, eine Faust voll Gemüse, eine Faust voll Reis und ein bisschen Fleisch, zwei, zwei, drei, zwei, drei. Wenn du das nicht machst, bist du nicht sexy. Du wirst nicht sexy aussehen. Du hast einen dicken Arsch, wenn du das nicht machst. Ja, dann sind die Frauen so in Panik. Was machen die? Die rennen da gegen die Wand. Immer wieder Ding, Ding. Das ist wie eine Mücke, die gegen die Scheibe fliegt. Die es einfach nicht versteht, dass sie nicht rauskommt. So, und wer ist der Initiator von dem Ganzen? Tja, das ist eine wirklich ganz schwierige Sache, wenn hier durch solche Maßnahmen, durch solche extreme Programme, Essstörungen praktiziert werden. Oder nicht es schon praktiziert werden, sondern es entstehen Essstörungen. Und, was machen die Personen? Haben die Personen dann in diesem Moment, wo sie Probleme haben, haben die eine Ansprechperson? Natürlich haben sie keine Ansprechperson. Und wenn, dann ist die Ansprechperson nicht das Testimonial. Das ist irgendeiner, der am Telefon sitzt, der eigentlich vom Tutenblasen gar keine Ahnung hat, der letztendlich nur vorformulierte Antworten gibt. Wenn man überhaupt durchkommt, wenn man überhaupt die Chance hat, mit jemandem überhaupt zu sprechen. Meistens findet es ja in irgendeiner Plattform, wo laufend irgendwelche oberflächlichen Informationen gegeben werden, wo der Einzelne ja nicht individuell beraten wird. So, und dadurch entstehen wahnsinnig viele Zwangshandlungen noch dazu. Essstörungen, Zwangshandlungen. Was ist eine Zwangshandlung? Eine Zwangshandlung ist, wenn du immer nur Salat isst, weil du Angst hast, dass du andere Sachen isst, dass du dann zunimmst. Eine Zwangshandlung ist, dass du sechsmal in der Woche zwei Stunden ins Fitnessstudio musst. Ansonsten bist du unseres und ansonsten hast du Panik, dass du zunimmst. Ansonsten hast du Panik, dass du nicht sexy bist. Ansonsten hast du Panik, dass du niemand bist, dass du wertlos bist. Und genau das ist das, was bei diesen Programmen definitiv nicht funktionieren wird. Und deswegen, ihr Lieben da draußen, ganz wichtig. Wenn ihr für euch was entscheidet, dann solltet ihr immer auch einen Ansprechpartner haben. Einen Ansprechpartner, an dem ihr euch wenden könnt, der euch dann weiterhilft, wenn eine Problematik entsteht. Ja, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Wenn ihr Panik habt, zuziehen habt, müsst ihr eine Person haben, der euch das erklärt, wie ihr weitermacht. Dann sechs, acht, zehn Wochen Programm. Das ist Mist, wisst ihr warum? Ja, was macht ihr nach sechs, acht oder zehn? Wie geht es denn danach weiter? Auch das muss geplant werden. Wobei natürlich, klar, die meisten sechs, acht bis zehn Wochen Programme, danach geht es nicht mehr weiter. Weil das einfach nur eine einmalige Sache ist. Ja, und wenn du halt danach mal eine Woche gut aussiehst, hast du Glück gehabt. Aber maximal hältst du nur eine Woche, eine zwei oder drei. Und dann geht alles wieder rauf. Warum? Weil das Essverhalten, das grundsätzliche Essverhalten wurde nicht geändert. Dir wurde ja nicht beigebracht, wie du dich verhalten sollst, wie du essen sollst, auf Dauer. Das wurde nur gesagt, in sechs, acht oder zehn Wochen siehst du sexy aus. Und das war's. Liebe Freunde, liebe Ladies, vor allem, weil das ist meistens tatsächlich so, liebe Ladies, weil euch betrifft es meistens hauptsächlich, weil ihr eher solche Programme in Anspruch nehmt. Denkt mal drüber nach, dass diese Dinge, kurzfristige Maßnahmen, kurzfristiges Vorhaben, niemals ein langfristiges Ziel sein kann. Und wenn ihr was macht, dann macht doch bitte was, was langfristig funktioniert. Was ihr immer machen könnt. Warum? Ganz einfach, wenn ihr das immer macht, dann werdet ihr immer einen sexy und einen gesunden Body haben. Vor allem stellt mal in den Vordergrund die Gesundheit, die Fitness und nicht nur den sexy Body. Weil wenn ihr nur den sexy Body hinstellt, dann ist das so ein Stück weit eine extrinsische Motivation. Das heißt, Motivation von außen. Nur wenn ich begehrt werde von außen, dann ist alles gut, dann fühle ich mich sexy, dann fühle ich mich gut. Intrinsisches, wenn ihr sagt, yes, ich will gesund sein, yes, ich fühle mich in meinem gesunden Körper wohl. Dann seid ihr definitiv auf dem richtigen Weg. So, ihr Lieben, ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt es unten rein und wenn es was zu motzen gibt, gerne auch. Ganz konstruktive Kritik ist immer gern gesehen und wird von mir natürlich auch entsprechend auf Augenhöhe behandelt. Ansonsten nehme ich auch gerne Empfehlungen von euch an. Schreibt es einfach rein, ich werde mich darum kümmern. Alles Gute, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt aus Mr. T. Und noch eine kleine Info für euch. Von mir gibt es jetzt zwischenzeitlich auch Podcasts. Guckt einfach mal in die Bemerkung rein. Da steht es drin. Man könnte auch das Ganze nur übers Ohr hören und müsst mich nicht anschauen dabei.